Liebe Zuschauer, alle Blicke gehen in Richtung Video-Leinwand. Wir kommen zur Mannschaftsaufstellung unseres SSV Ulm 1846 Fußball. Und wir schauen, was unser Chef-Trainer jetzt rennet sich. Unser Chef-Trainer heißt Thomas. Und im Tor unserer 39. Christian. Unsere Nummer 4. Tom. Unsere 15. Käpt'n Scho. Unsere 7. Basti. Unsere 1. Dennis. Mit der 22. Leo. Unsere 23. Max. Die 26. Philipp. Unsere 32. Philipp. Unsere 33. Felix. Die 3. Und unsere 43. Romario. Auf unserer Bank hat Platz genommen für das Tor die 1. Norbert Otto. Die 6. Thomas. Hallo. Unsere Lukas. Ahren. Die 9. Lukas. Brösel. Die 10. Andi Ludwig. Die 19. Moritz. Pfannemann. Unsere 21. Nikolas Jan. Unsere 24. Thomas. Castanaras. Und unsere 25. Lama. Yahoo. In die weiten Seelen weiß man nie genau. Auf dem Weg mehr vorländen ist es das Braut. Donau stammt von fremdem Platz, auch zu großen Taten. Jeder, der geht es um zu ziehen. Wir feiten und wir haben. Wir feiten alles vor uns und Gegner. Wir feiten alles vor uns und Gegner. Wir feiten alles vor uns und Gegner. Und wir werden uns so weit und bestehen. Wir feiten alles vor uns und Gegner. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das heutige Heilspiel unseres SSV um 1846 Fußball wird präsentiert von unserem Trikotsponsor Husqvarna. Husqvarna, euer Partner für Technik im Garten und im Forst. Wir freuen uns auf erfolgreiche 90 Minuten gemeinsam mit Husqvarna. Und gleich der Hinweis an unsere Gäste, Fans aus Mannheim, auch hier in Ahlen ist das Abbrennen von Pyrotechnik. Und das sagt, wir gefährden nicht nur euch, sondern auch alle anderen Besucher im Stadion. Bitte unterlasst das Abbrennen jeglicher Pyrotechnik. Dankeschön. Das ist ein Schiff! UNTERTITELUNG Musik Noch mal der Hinweis an den Mannheimer, Fremdruck, bitte ihn unterlassen, das Abkommen von Pyrotechnik. Ihr gefährdet nicht nur euch, sondern auch die anderen Besuche im Stadion. Untertitelung des ZDF, 2020 Dieses Spiel wurde präsentiert von SWU Naturschlo. Setzt aber hier mit eurem Wechsel zur SWU Naturschlo-Wettzeiten für UNGELT. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben die 21. Spielminute TOR für den SSV! Torschütze war unsere 22, Leo! Leo! Neuer Spielstand SSV? Waldhof! Danke! TOR für unsere Gäste aus Mannheim zur Mainz 2 in Ostkrieg. Torschütze war die Spieler mit der Nummer 11, Jaylen Harkitz. Torschütze war die Spieler mit der Nummer 11, Jaylen Harkitz. und die Spieler mit der Nummer 11, Jaylen Harkitz. Wir haben die 28. Spiegelunterrichtung! 14 SSV, Trotschütze, unsere Nummer 11, Dennis, 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 Neujahr, Spielstadt SSV, Waldhof, Jul, danke, bitte! 1. Spiegelunterrichtung! 1. Spiegelunterrichtung! 1. Spiegelunterrichtung! 9.79 Spielminute, Tor für unsere Spatzen, ein Wartensitzfreistoß von unseren Zehn, mit Andi, Juppe, Andi, Juppe, Andi, Juppe, neue Spielstand SSV, Waldhof, Juppe, Danke. Das war der Schlusspfiff in der Zentus-Arena und jetzt möchte ich alle nochmal hören, wir haben einen Endstand, SSV, Waldhof, Juppe, Danke. BK! So, und hier noch kurz für euch der Ausblick auf die kommenden beiden Wochen. Nächste Woche spielen die Jungs zu 10 Uhr in Essen am Samstag. Jungs! 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche.